Du bist jetzt 30 Jahre alt, Sepp, noch 3 Jahre bei Ferrari und dann aufhören? Bist du zu alt? Man wird ja selbst auch älter, ist ja nicht so, dass es nur den anderen passiert. Heute ist man ja in der Formel 1 schon alt, wenn man 25 ist. Deswegen bin ich ja schon sehr alt, aber ja. Ich glaube, solange ich Spaß daran habe und solange ich das Gefühl habe, dass ich da noch mithalten kann, gibt es keinen Grund, das Lenkrad an den Nagel zu nehmen.